hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen ja wir sind wieder da in der letzten folge habt ihr gemerkt ein bisschen uprage modus aktiviert aber gut ne hier western conference semifinals steht es mittlerweile 2 zu 2 und das nächste spiel steht an und ja wie gesagt was soll ich dazu noch sagen dazu kann ich nicht mehr viel sagen weil dafür jetzt auch ehrlich gesagt langsam so die worte was ich dazu mal sagen soll es ist einfach unglaublich wir treffen einfach die dreier nicht mehr das ist unglaublich was für ein blog das problem ist dass die klippers jetzt zu hause spielen ja klar aber willst du mich verarschen oder was das war kein fall das war kein fall gibt den kackball her und geblockt ganz ehrlich ich hab den bei mir fair rebounded fair ohne ohne jegliches volk das sind sie vor da ist klar ja klar die stil einfach mal die ball jetzt nicht wieder so wie letztes spiel jetzt nicht so anfangen wie es letztes spiel geendet hat bitte nicht bitte nicht nicht so mit blöden fast breaks kommen kommen wir spielen zwar pick and roll ja ist logisch macht doch den ball denkt nicht mal dran unglaublich ich komme nicht mehr zum kopf ich spiele ich meine spiele schon pick and roll gehe perfekt über die richtige seite so dass der nütze nachher kommt ja ich muss halt so gehen oder da muss ich halt über den da muss ich dann halt über den jeweiligen abräumten spieler gehen ansonsten habe ich keine chance ja das ist einfach wahnsinn kommt michael finley super baseline gehen sehr schön komm jetzt gehe ich auch vollkommen press mit doppeldeckung alles andere bringt ja nichts mehr sehr schön sehr schöne doppeldeckung da muss ich jetzt drauf gehen gut neowen wird zwar vielleicht ein dreierwerfer freier und das moment kann ich dann aber auch noch komm 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 los zieht zum kopf und jawohl da haben wir mal wieder diesen doppelhanded windmill kommen die auf den vollkopf press oder die doppeldeckung jetzt in dem fall gleich hier unter druck setzen ja das ist scheiße gespielt da mache ich nichts da haben sie mich offen gelassen da konnte ich zum kopf ziehen kommt vollkopf press hier wie gesagt das ist zwar ein bisschen doof dass ich das jetzt schon machen muss aber ansonsten laufen die mir weg und die und die spieler derzeit zu hause und da haben sie vielleicht auch mit durch publikum oder so noch so ein heimvorteil ach komm schon ich hätte es da machen können michael finde ich ganz ehrlich das ist schade aber wir liegen jetzt mit vier punkten hinten aber wir haben zumindest den ball jawohl da haben sie aber auch super ausgebrockst an dem an dem teil des spiels aber naja da machst du nix ne wie gesagt und ähm komm nein oh wieso ist denn da keiner zum rebound da dirk nowitzki der ist angeblich unser shooting vor der hat sich natürlich da hat er sich ausfaken lassen da hat er nicht aufgepasster verteidiger da hätte vielleicht nicht springen dürfen aber gut dirk nowitzki ist aber dafür bekannt dass er springt da war dann nicht groß genug um den noch von dem block noch zu kriegen nein 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 ach komm schon da ist klar logisch na gut zumindest ein von zwei gemacht aber das problem ist halt ich darf jetzt nicht ewig so im hinterrückstand hinterherlaufen da muss ich den pass verhindern nein 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 doch man da muss doch einer zum block hochgehen das kann so nicht funktionieren wenn wir ewig in er laufen ich musste zu die führung ziehen also ohne spaß trifft doch einfach mal oder so naja zumindest was ich darf jetzt nicht mehr wie schon herlaufen nachfakt da hinten sind also hätten wir gepasst jawohl super jetzt kommt fast break fast break naja ich würde ihn nicht mehr kommen jetzt muss ich halt pick and roll spielen gehen jetzt zwar alles nix sehr schön ich habe nicht gemacht ich habe nicht gemacht naja die machen jetzt zwei punkte da muss ich halt vielleicht wenn die sichere führung drin ist hat kommt sich zum kopf jawohl und da haben wir die führung da haben wir die führung da ist genau das was ich angedeutet habe diese führung brauchen wir es ist nur ein punkt aber das ist so diese psychologische punkt auch vielleicht für die an der clip aus wo die dann sagen oder so ach komm schon aber auch super gefangen von der friends also anscheinend kann er ja fangen aber warum macht das manchmal nicht das ist die frage woher was für ein block aber dann das hat ball morgen so zurück zu lafrenz das ist der müsste gehen oder geht nicht scheiße ja das war voll egal kommen los 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 jawohl sehr schön sehr gut aber michael finde ich 14 punkte da musste auch sagen wahnsinn so dann gehen wir mal weiter es tut mir auch leid dass ich momentan nicht über die playoffs wieder aber naja ihr wisst ja auch anscheinend weil mittlerweile heute nicht jawohl und das sieht so gut aus gerade das sieht so gut aus das müssten drei nächsten vier punkt führung super das meine ich das ist wichtig immer mal so vier punkte vorne seien dann den ball stilen dann überhalten weil jetzt werden sie über ja jetzt werden sie abkommen jetzt einfach den ball abschirmen isolation spielen gar nicht erst anlass an den ball direkt an darüber dann muss eine rüber kommen zum pick and roll dann ziehe ich da zum korb und dann müsste da nicht frei sein oder das alles offen und dann macht er den poste reiser poste reiser teilen in erlei klippers in los angeles ja und jetzt werden sie überheblich und jetzt jawohl jetzt auch das ding hier normalerweise schon raus aus der hau aus dem backcourt und das jetzt noch die voll wenn ich verarschen kommt faulmilch kommen jawohl komm auszeit ist immer gut haben wir genug schade schade da habe ich aber gut freigespielt ok sechs punkte führung letztes vierte wenn man wollen der aus zonen verteidigung zurück boah macht mir nicht die nerven kaputt unglaublich da machst du nix die drei punkte führung jetzt kein scheiß machen ich passt doch nein 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 oh was für ein block kommt steve nasch nein ach nö hallo bitte helft mir doch zum glück klappt dieser trick zum glück klappt das jawohl und jones der macht dort der hat seine baggung spieler heute gefressen der ist heute dort führt das ist unglaublich wie soll sie das verteidigen auch da ist doch jubik sagt nicht normal jawohl stellte ich mich extra so schon so hin dass ich kann immer dass mir gar nicht den ball stehen können ja jawohl dort wird g nein und dann das fährt nein denkt nicht mal dran nö Oh ist das gut wenn er den fängt Nein! kein Fall ein Dreier wenn dann 2 und dann gehe ich auf den Buzzerbieter die dürfen nicht auf den Dreier gehen Och das waren schon 2 Offensiv Fouls! Fuck! Okay jetzt er Last Second Option Los gehts Jones komm Kurzes Pick and Roll Dirk Nowitzki für den Sieg Und er macht den! Dirk Nowitzki! Unglaublich! Dirk Nowitzki mit dem Buzzerbieter Machen wir das Ding doch einfach mal so Mann war das schön Und dann schauen wir uns natürlich nochmal an Alter war das ein Dreier ey Sau 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 Da kriegt sonst wer feuchtes Höchstchen ey Ganz ehrlich Alter da schauen wir das doch ganz uns gerne nochmal an ey Wie gesagt da kommt das Pick and Roll Also kein aber da kommt zumindest der Screen von Jones Und im Moment hängt der verteidiger etwas hinterher Da bietet er sich zwar an aber natürlich wir gehen natürlich Wie gesagt wir können aber auf die Uhr gucken Wie gesagt nehmen wir noch 1,5 Sekunden auf der Uhr Da geht Dirk Nowitzki hoch natürlich noch super in time geworfen Und natürlich auch muss man sagen Mit der Hand des Verteidigers direkt im Face aber da wirft einfach drüber Das geht denen sowas von am Sack vorbei das da ein Verteidiger vor dem ist Und da wirft er den da drüber und dann fliegt der Ball super durch Also da muss man sagen Riesending Riesen Buzzerbieter Fast so ähnlich wie in Spiel 3 Wo Vince Carter den Dreier reingehauen hat Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen Na bis zum nächsten Mal mit echten Emotionen bei einem echt beschissenen Spiel Tschüss